Musik Gummibärchen, Lakritze, Marshmallows, es gibt so viele unterschiedliche Leckereien für jeden Geschmack. Und ein gemeinsames Geheimnis, die Gelatine, die es auch in zahlreichen anderen Produkten erhalten, nicht nur in Süßigkeiten. Das ist die Gelita AG aus Eberbach bei Heidelberg. Das Familienunternehmen existiert bereits seit über 130 Jahren. Gelita ist Weltmarktführer und beschäftigt an über 20 Standorten auf allen Kontinenten mehr als 2500 Mitarbeiter. Von Eberbach aus werden alle weltweiten Aktivitäten geplant und koordiniert. So ist Gelita nicht nur der weltweit führende Hersteller von Speisegelatine, sondern auch zum Beispiel für Pharma- und Fotogelatine. In unzähligen Produkten, die das Leben angenehmer machen, steckt Gelita Gelatine. Und damit das so bleibt, arbeitet Gelita ständig an neuen Ideen, mit dem Ziel, unsere Lebensqualität weiter zu verbessern. Bereits seit über 80 Jahren ist Gelita der bedeutendste Gelatine-Lieferant für große Fruchtgummihersteller. Und überhaupt, viele Köstlichkeiten werden dank Gelatine erst möglich. Aber auch Milchprodukte wie zum Beispiel Desserts, Tortenfüllungen oder Fleisch- und Wurstware. Gelita Gelatine spielt überall eine tragende Rolle. Schon die alten Ägypter kannten Gelé. Doch erst mit der industriellen Fertigung Ende des 19. Jahrhunderts wurde Gelatine richtig erfolgreich. Bei der Herstellung des Naturprodukts Gelatine hat der Schutz der Umwelt natürlich einen hohen Stellenwert. Denn bei Gelatine gilt, nur das, was die Natur zur Verfügung stellt, kann verarbeitet werden. Es gibt nichts Künstliches in dem reinen Lebensmittel. Super! Gelita Improving Quality of Life Gelita Improving Quality of Life Gelita Improving Quality of Life Gelita Improving Quality of Life